So, das haben wir, woras haben wir das Dach noch gemacht? Das ist Treppen, glaube ich. Ballas, willst du mal her ein Haus gucken? Nee. Oh, dieser Regen. Mhm. Wir müssten gleich mal irgendwie pennen gehen, glaube ich. Hast du Betten da, oder? Nee. Ich habe auch keine Wolle mehr bei mir zu Hause, sonst würde ich ein paar Betten mitbringen. Vielleicht hört es ja auch gleich so auf. Ich glaube nicht. Es regnet jetzt schon lange genug. Ja, aber trotzdem bin ich mir unsicher. Achso, wir haben übrigens noch zwei Brücken, die wir da anwerden wollen. Fäten gerade auf. Alter, wie viele Brücken haben wir gebaut, ey? Drei. Haben wir auch Tunnel schon? Nee. Ich glaube, wir haben noch keinen einzigen wirklichen Tunnel, oder? Nee. So. Wir brauchen einen Tunnel. Dann können wir sagen, wir sind hier in Italien. Ja, wir können bald mal so ein U-Bahn-System bauen. Habe ich auf jeden Fall Bock zu, muss ich sagen. Sowas mag ich ja. U-Bahn? Ja. Ich fahr auch gerne U-Bahn. Das liegt aber daran, weil ich hasse so, wenn du im Zug fährst oder sowas und aus dem Fenster schaust und alles sieht gleich aus. Bei U-Bahn zwar auch, aber da will wenigstens keiner rausgucken. Ich find's auch so sinnvoll, dass U-Bahn irgendwie Fenster haben. Ja. Ja, es ist damit man sich nicht so eingeengt fühlt. Wenn du in so einem komischen Klotz sitzen würdest, wo du nicht rausgucken kannst und so, dann würdest du dich viel zu eingeengt fühlen. Ja, das stimmt schon. Dann würden die Menschen da drin, Neeeeee, tötet mich. Und dann sagen wir, oah, okay. Hat es gerade... Das hat aufgehört. Es hat aufgehört. Yay! Party! Hatten wir schon nen Keller, äh, hatte ich die letztes Mal noch angefangen gehabt, den Keller zu graben oder? Hey, da ist Porky! Ne, hier haben wir keinen Keller gemacht. Wir hatten im, äh, äh, in anderem Haus. Einen angedeuteten Keller haben wir. Ja, wie immer. Aber im anderem Haus haben wir einen Keller. Hier, ähm, ein Brauhaus. Ah, hast du da den jetzt gemacht, okay. Ein Schwein! Ein Schwein! Ne, guck, also ich dachte mir, wir machen das hier mal ein bisschen offener, weil wir ne ziemlich geile Aussicht nach draußen haben. Mhm, ja, hier ist cool. Also, hier kann, hier kann man das so machen. Hier kommt dann später das Esszimmer rein. Wollen wir hier wirklich Glasblöcke hernehmen oder wollen wir hier vielleicht eher Scheiben dann nehmen? Nö, ich denke Blöcke sind geiler. Okay. Ja, und oben da will ich jetzt das Dach erstmal bauen. Aber eigentlich hab ich darauf keine Lust. Damit es nicht mehr reinregnet? Mhm. Ich weiß doch, dass du Dächer gerne baust, Türi. Ja, total. Das Swine kommt übrigens, glaub ich, nach oben mit. Ja. Ne, es folgt mir! Scheiße! Ich hab's mal runter geschoben. Das Schwein hat sich nämlich verliebt. Muss ja weg. Boah, ja, Dach bauen. Voll ätzend. Ich weiß, dass du wie gerne Dächer baut. So. Na, komm! Schlangen wir uns hier durch. Nee. Ja, aber die Materialien hab ich wenigstens einigermaßen zusammen dafür. Muss mal wieder einen Haufen Treppen machen. Ne, mit Treppen kann ich im Augenblick auch grad nicht dienen. Das wird nämlich nicht reichen hier. Ich glaub, ein paar hab ich noch. Aber ich kann sonst auch wirklich mal das Tropenholz verbraten, was ich hier noch habe. Wobei, werden die dann andersfarbig? Ja, stimmt. Ach, die werden ja heutzutage andersfarbig. Ja. Hab ich auch schon wieder vergessen. Dammit. So. Also, wieder zurück. Yay! Ja, ich mach mal so und dann mach mal... Ähm... Oh ja, das ist... Das ist glaub ich auch okay. Oh ja, das... Das ist schön. Das gefällt mir. Sehr gut. Das ist doch von der Beleuchtung her jetzt ein bisschen seltsam. Also, sieht vom Licht her ein bisschen seltsam aus. Aber das ist gut. Schön. Ich guck mir das jetzt auch mal an. Da kommen wir mal rum. Moment. La 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 la... Fum! Hm. Hier ist man so schnell unterwegs. Du musst über... Du musst über den Source entlaufen. Das ist total geil. Okay, was machst du hier? Das soll jetzt so ein kleiner... Das soll so ein kleines Lager sowas sein, ne? Wo dann so die Arbeitsmaterialien reinkommen und so einfach nur. Okay. Und hier ist praktisch so dieses... Dieses hier, ne? So der... Der, äh... Der Hauptraum praktisch, wo sie alle zusammen sitzen, wenn sie Pause machen. Okay. Und sagen... Scheiß die Wand an. Haben wir heute hart gearbeitet. Yo, ich verstehe. Hm, da du nachher weg wolltest, wann wolltest du aufhören aufzunehmen? Weiß ich nicht. Um sieben hat man gesagt. Ja gut, da wolltest du los. Deswegen frage ich nochmal. Ich habe ein bisschen Zeit. Also wenn man sieben Schluss machen, ist okay. Alles klar. Ganz so lange mag ich nicht mehr, weil mir der Magen der Kniekehler hängt. Ich habe noch nichts gegessen heute. Sieht bei mir auch so aus. Also gut, ich habe ein bisschen was geknuspert, ne? So ein paar Snickers. Oh. Warst du wieder eine Diva? Ja. Ja, ich, äh... Ich musste ein paar Snickers essen, sonst... Sonst, ähm... Hätte das... Hätte irgendwas schiefgegangen. Scheiße, haben wir bloß noch wenig Treppen. Ich guck mal eben in den anderen Kisten. Aber ich glaube, das wird eng. Dann musst du ein paar bauen. Muss ich Holzfarben gehen übrigens. Ja, da kann ich jetzt auch nicht mehr mit dienen. Ich habe noch 5 Eichenholzbretter. Die brauche ich hier. Wahrscheinlich in Kürze selber. Ja, egal. Verbaue erstmal das, was ich habe und dann gucken wir mal. Dann gehen wir weiter. Also auf ich geht's. Auf ich, hm? Auf, auf und davon, ne? Jo. Mit der passenden Musik, die fetzt gerade dazu. Okay. Schnell, schnell, schnell! Bam! Wohin? Wohin? Wohin gehst du schnell? Weg! Weg von dir! Ach, ganz weit Fartistan. Ja. Genau. Ganz weit Fartistan. Wer kennt's nicht. Die beste Stadt, die das auf der ganzen Welt vergeben tut. So, ich brauche übrigens auch wieder Holz. Also euch geht's auch mal Holzsacken. Ja, bringen wir was mit. Oh, Mist. Ich muss mir nur gerade überlegen, wo ich am besten Holzsacken lege. Vor allem in der Nacht. Kann man ja nicht in so'n dunklen Breit gehen zum Holzsacken. Ich meine, wenn da Welfe oder sowas unterwegs sind. Ach, kann man alles machen. Hörst du das? Ne, ne. Ich höre, dass wieder Autos bei dir durchs Zimmer fahren. Das klingt nur so, die fahren nicht so extrem durchs Zimmer. Der ist ja übrigens auf der Straße langgefahren. Meinst du? Guck mal lieber nach. Ja, ja, ne, alles klar. Alles cool hier, alles cool hier. Jo, einmal Kaffee zum Mitnehmen, alles klar. Ja, ne, passt. Ist okay. Scheiße, jetzt hab ich überhaupt keine Erde mehr dabei. Darf. Egal. Nehmen wir... Nehmen wir einen Kabelstein. Ein Kabelstein! Ein Kabelstein? Entschuldigung, wenn ich mich kurz vorstellen dürfte. Ich bin der Kabelstein. Genau. Ja, Mr. Kabelstein. Was machen Sie denn hier? Ah, ich wohne hier. Echtzeitland, das? Das hab ich ja hier noch nie gesehen. So, da wieder ein Kabelstein. Kabelstein klingt geil irgendwie. Irgendwie nicht. Doch. Irgendwie ziemlich uncool. Ne, ich find das voll swaggy. Ja, das ist schon so ein bisschen Hipster-Style, aber... Was hab ich denn da wieder angezettelt? Ne, ne, also das hat wirklich was von so einem Hipster, weißt du? So ein Hipster, der kein Englisch kann oder so. Ja. Das stimmt schon. Die Hipsters. Aber das ist genauso, wie wenn man, äh, wie wenn man hier sowas wie E-Mails zum Beispiel dann übersetzt in E-Post. Hm. Es gab doch mal von der Deutschen Post irgendwie dieses, äh... Die Deutsche Post. Hat das dann die NPD? Die nennen es ja auch E-Post bei sich selber. Aha. Weil, äh, die sind ja auch strikt gegen alles, was irgendwie hier, äh, von, äh, äh, ausländisch klingenden Namen hat, ne? Auch wenn es nur Englisch ist oder so, das geht ja auch nicht bei der NPD. Tja, dann nicht. So, ne, gibt's halt keine E-Post für euch. Haha. Na, ihr wisst schon, ne? Ja, ich glaub man kann, man kann, äh, rausnehmen, worauf ich anspiele. Ja, ja. E-Post für alle. Ja. Haha. Genau. Ist doch eigentlich voll der geile, äh, Werbetext, oder? E-Post für alle. Ja. Ich weiß ja irgendwie nicht. Ich find den irgendwie schlecht. Haha. Schön, dass du dich da erfährst. So. Ja. Ja, ja. Gibt's mit zwei Leuten hier also, ne? Was stolpe ich mal ganz kurz über den spitzen Stein? Ein Sniffelstück. Genau. So. Ich hasse Dachbauen übrigens, total. Warum sagst du denn? Dächer sind doch total klasse. Dächer sacken. Dächer sind total klasse. Du hast keine Ahnung mal. Ne, die sacken genauso wie du. Das war gemein. Du hast keine Ahnung mal. Weiß. Weiß. Der Werbetext von Snickers hier, äh, wenn der kleine Hunger kommt, oder? Nein. Doch, weil, oder wenn's mal wieder länger dauert, schnapp den Snickers, so und was. Genau, wenn der kleine Hunger kommt, ist vom, vom, äh, Milchreis hier. Das ist ja, der kleine Hunger, das ist ja, das ist ja eh der coolste, ne? Ja, moin, ich bin der kleine Hunger. Ja. Jupp. Gib mir mein Milchreis. Oh ne, du. Ich mag den ihr selber essen. Nee, das ist meine. Irgendwie so war das dann. Ja, irgendwie so in die Richtung. Das waren ja auch voll die, coolen Typen und so. Die Auswanderer oder irgendwie so. Ne, war das ja. Ja, wobei ich den ganz cool finde. Den Auswanderer? Ja, den, den, äh. Der Cowboy-Stiefel-Treck. Den Conny Reimann heißt der, glaub ich. Keine Ahnung. Was ist denn das überhaupt, Feine? Was man den kennt? Der kommt halt aus Hamburg und ist dann eben in die USA ausgewandert. Ist der erste Hamburger, der in den USA war? Nö, das nicht, aber... Juhi hat's nicht verstanden. Naja, hat er nicht. Vielleicht doch, und ey, da geht's einfach. Jaja, genau. Okay, okay, äh. Ja, das hat mir geklärt. Hüah! Jetzt hier, da hoch. Hüah! Boah, Dachborn kackt, äh, sackt. Das kackt auch, ne? Das kackt mich an. Ja, es kackt mich an. Like a boss. Mach ich das denn? Ich mach's mal so. Ja, mach das so. Das ist ein guter Plan. So hätt ich's auch gemacht. Nein, verdammt. Verdammt. Verdammt, wunderbar das, was du machst, dann machen wir das anders. Ja, genau. Ach. Ich werd's nie, 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 nie lernen, Treppen zu bauen. Niemals. 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 Niemals nicht nicht. So So ist gut Ja das ist doch schön So ja das läuft Das läuft Das ist gut Das freue mich uns Ich hab mir eingepisst So als dass wir laufen Echt hast du Zeig mal Boah alter Die ganze Hose ist voll Alter Vater Ich hab nicht so viel trinken sollen vorhin Voll gut Ja voll das kack Thema Eigentlich nicht Aber Eigentlich voll das pissthema Na egal Reden wir nicht über meinen Haaren dran Gehen wir über meinen Oh Gott muss ich aufs Klo Ich hab schon wieder das ganze Hals verbaut Übrigens Hals schwimmt im Wasser oben Okay